Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World, hier heute wieder aus dem Klemmbaustein TV Studio, heute mit Teil 2 des LEGO Sets 75275, dem UCS A-Wing Starfighter, jenem hier. Soweit sind wir im ersten Teil gekommen, das waren die ersten fünf Bauabschnitte, die ersten fünf Bautüten. Mittlerweile haben wir hier die sechste schon auf unsere Tellerchen verteilt. Ich hoffe, dass alles dabei ist. Wie man im ersten Teil sehen konnte, war die Tüte schon angerissen im Auslieferzustand. Ich hoffe, dass nichts rausgefallen ist. Ansonsten, was soll man zu dem Set sagen? Es sind 1600 und irgendwas ein paar zerquetschte Teile, also knapp 1700 Teile, kosten knapp 200 Euro. Ist natürlich ein starker Disney-Star Wars-Zuschlag da zu zahlen. Ist so. Ich als totales Star Wars Merchandise-Opfer konnte trotzdem an den Set nicht vorbeigehen. Zumal ich sagen muss hier, die Verpackung, die hat schon was. Die sieht geil aus, die macht was her. Sie hätte noch einen Tumpen besser werden können, aber sie hat mich auf alle Fälle so sehr angesprochen, dass ich auf den Bestell-Button im LEGO Shop geklickt habe. Da ist er momentan übrigens ausverkauft. Der wird so ab dem 28. rum wieder lieferbar sein, 28. Mai. Wer ihn schneller haben will, kann auch für 280 Euro auf dem Aftermarket irgendwo zuschlagen und sich da abzocken lassen. Ist jedem selber überlassen. Was hat es bis jetzt gegeben? Was mich ein bisschen stört ist, wir haben hier gut drei verschiedene Dunkelrot-Töne hier in dem Ding. Also gerade die 2x4 Plates weichen sehr stark von den anderen Dunkelrot-Teilen ab und auch hier die 2x2 Wedged Plates haben einen leicht anderen Farbton. Dann haben wir hier in dem Bereich, es ist ein UCS-Set. UCS-Sets sind immer ein bisschen wackelig gebaut. Das war hier bei dem X-Wing schon so, das ist bei dem Y-Wing so. Das ist eigentlich bei jedem von denen gewesen. Ganz schlimm ist es beim Millennium Falcon. Die sind wirklich nur zum Aufbauen, Angucken und nur noch ganz vorsichtig Abstauben da. Da hat keinerlei Spielwert irgendwas zu suchen. Deswegen ist das hier auch ein 18-Plus-Set. Also das hat nichts damit zu tun, dass da nackte, tanzende Twi-Leg-Damen drin sind in der Packung, sondern einfach, dass das, was wir hinterher gebaut haben, für das Spiel absolut gar nicht zu gebrauchen ist. Und das bewahrheitet sich hier auch wieder. Also zum einen ist hier vorne die Konstruktion, die an sich wirklich cool gelöst ist, recht wackelig, aber ganz schlimm haben wir das hier an den Triebwerksteilen hier. Die werden wirklich nur über so eine Stecknase, die aus Stein gebaut wird und einer Technik-Achsen-Aufnahme, werden die gehalten. Das macht natürlich keine wirkliche stabile Aufnahme, sieht aber halt sehr gut aus. Das muss man fairerweise sagen. Auch hier hinten, dieses Konstrukt sieht sehr schön aus, hält aber so mäßig gut. Also da ist sogar so, ich musste gerade eben, das sind jetzt zwei Tage dazwischen gewesen, zwischen dem, wie ich jetzt gebaut habe und jetzt wieder anfange zu bauen, dass ich gerade ein bisschen nachdrücken musste, weil die Steine sich vermischen und voneinander gelöst hatten. Aber ansonsten lässt es sich alles toll bauen. Der Sitz ist ein Träumchen. Wir haben hier eine bedruckte Fliese, wir haben hier drei bedruckte Teile. Ansonsten haben wir jede Menge Aufkleber, obwohl so viele sind es eigentlich gar nicht. Und das ist umso ärgerlicher, weil wir haben hier ein Set für 200 Euro und diese Plakette, wo dann hinterher draufsteht, wie er heißt, was er kann, wie groß er ist und sowas, ist auch ein Aufkleber. Genauso, und das finde ich sogar noch viel schlimmer, ist hier das Cockpit. Ja, das müssen wir mit Aufklebern irgendwo ein bisschen ansehnlich machen. Das ist übrigens noch ganz geil. Auf der Internetseite von Lego bewirbt Lego das als tolles Feature, dass es ein abnehmbares Cockpit ist. Ja, hier beim X-Wing, da war es wenigstens noch, dass man es auf- und zuklappen konnte. Hier ist es abnehmbar. Also wirklich die einfachste Art des Baus eigentlich. Ist ein Play-Feature. Ja, man muss einfach nur, it's not a bug, it's a feature. Läuft. Jedenfalls, ich hoffe da auf den Aftermarket, dass vielleicht irgendeiner sich hinterher ein Herz nimmt und diese Sachen hier bedruckt und uns dann anbietet. Ich hoffe da auf den Steindrucker. Guck mal ganz lieb in die Kamera. Wäre ich durchaus bereit, ein paar Euro für zu bezahlen, um das dann hinterher auch schick zu haben. Ja, wie schon gesagt, wir kommen jetzt zu Bauabschnitt 6. Da haben wir es hier vor uns liegen. Und ich würde sagen, nicht mehr lange schnacken. Wir bauen jetzt einfach weiter. Ach ja, falls ihr hier bei dem Video im Hintergrund irgendwie Tabs, Knurr, Bell-Geräusche oder irgendwie sowas hört. Ich habe heute hier die Penny. Das ist mein 13 Wochen alter Border Terrier-Welpen mit dabei. Ich muss auf die aufpassen. Der Rest der Familie ist bei Opa besuchen. Ich durfte mich ausklinken zum Bauen. Glück gehabt. Es ist Vatertag. Und deswegen muss ich auf die Kleine ein bisschen aufpassen. Und die kriegt zwischendurch ihre 5 Minuten, wenn sie gerade ausgeschlafen hat und tobt dann hier durch die Gegend. Kann sein, dass ihr dann da ein bisschen merkwürdige Geräusche hört. So ein bisschen wie bei Mein Name ist Luca. Don't ask. Okay. Ja, ich würde sagen, legen wir los. Ja, hier haben wir unseren kleinen Gremlin. Das ist das kleine Monster, was ihr hier vielleicht zwischendurch rumtapsen und rumknurren hören könnt. Wenn sie hier gerade ihren Teddy oder ihre Giraffe, die liegt schon da hinten irgendwo, gerade durcheinander knufft, wenn sie mal wieder überkommt. Süße kleine Maus. Ist jetzt 13 Wochen alt. Macht uns eine Menge Freude. Unser Althund hat sich langsam dran gewöhnt. Es geht mittlerweile ganz gut. Also ist es jetzt noch nicht so, dass die Alte total begeistert von ihr wäre. Aber es wird besser. Ich sag mal, gib der kleinen Maus hier mal noch ein paar Tage, dann hat sie das Herz von der Alten auch erobert. Unsers hat sie jedenfalls schon völlig alle hier in Beschlag genommen. Der Rest der Familie steht schon voll auf das kleine Stinketierchen hier. Und sie ist wirklich lieb. So, aber jetzt nicht ablenken lassen. Jetzt geht es weiter hier mit unserem Bau. Bauabschnitt 6 ist im Endeffekt Bauabschnitt 5 nur in Spiegel verkehrt. Weil im Bauabschnitt 5 haben wir das hier gebaut. Und das bauen wir hier jetzt auf der Seite halt auch nochmal mit dem Teil. Das heißt, das wird wenig spannend und wenig ereignisreich. Bringt uns aber im Endeffekt hinter dazu, dass wir den hinteren Bereich mehr oder weniger fertig haben. Da fehlen dann hier nur noch die Finnen. Ja, und dann kommt in den nächsten Bauabschnitten dann hier vorne der Bereich. Der wird spannend zu bauen, denke ich mal. Ja, wird auch wieder hier von der Anbringung über Noppen, über die Kreuzstangen hier und über Balljoints gelöst werden. Also auch das wird wahrscheinlich nicht mega stabil, aber dafür hinterher sehr gut aussehend sein, gehe ich mal von aus. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie hier jetzt der Bau weitergeht. Wie schon gesagt, 6 ist nicht sonderlich gespannt. Die werde ich jetzt einfach durchziehen und ich melde mich dann zu Bauabschnitt 7 wieder. Okay, ich muss bei dem Bauschritt doch einmal dazwischen grätschen. Das ist mir eben bei dem anderen gar nicht aufgefallen, aber es ist unfassbar. Selbst bei gleichen Teilen haben wir hier Farbabweichung. Also hier diese beiden Roundplates, die sollten eigentlich eine Farbe sein. Da muss Lego echt nochmal ein bisschen nacharbeiten. So, damit haben wir auch den sechsten Bauabschnitt fertig und wie ich schon gesagt habe, es war wirklich eine 1 zu 1 Wiederholung von da. Nur, dass hier ein bisschen andere Deko-Elemente drauf sind. Ansonsten keinerlei Unterschied. Genauso wackelig hier die ganze Geschichte. Ja, und halt noch farbliche Abweichungen in dem Bereich. Kommt es aber im Endeffekt auch nicht mehr darauf an. Das gute Stück ist hinterher sowieso rot gesteckt wie ein Palomeino. Jetzt haben wir hier die 7 auf unsere Tellerchen verteilt. War eine Umtüte halt in der großen Tüte drin. Und die soll uns jetzt hier die erste Seitenverkleidung bringen. Ja, das heißt also, kündigt sie schon an, dass Tüte 8 dann wahrscheinlich hier das gleiche auf der Seite nochmal ist. Aber ich bin wirklich gespannt, wie sie das hier bautechnisch lösen. Ja, hier sieht man jetzt schon, das Ganze wird hier wieder über die Slopes geregelt und mit grünen Teilen im Unterbau ist auch ganz wichtig, weil grün ist ja bekanntlich die Farbe der Hoffnung und Rebellion entsteht ja aus Hoffnung. Von daher passt das hier thematisch eigentlich sehr gut in dieses Set rein. Danke dafür, Dego. Ja, und dann sehen wir halt hier schon, über diese Schrägteile wird das dann hinterher hier angepasst, so dass das dann hier vernünftig schräg zuläuft. Geile Idee eigentlich. Jetzt haben wir das Seitenteil gebaut. Es sieht auch sehr schön und stimme ich aus von der Seite. Von der Seite ist es wirklich wild. Aber gut, das muss natürlich auch so sein, dass es hinterher von der anderen Seite noch die Verkleidung wieder aufnehmen kann. Das heißt, Lego hat sich hier gerade ihre eigenen 180 Grad Braurichtungsumkehr-Technik gebaut, indem die halt hier mit diesen Steinen gearbeitet haben, die auf drei Seiten Noppen haben. Und die werden dann halt da drauf gebaut und dann nach da. Und damit erreichen die im Endeffekt auch eine Baurichtungsumkehr. Nicht ganz so elegant, wie das andere Hersteller machen, aber sie haben sich zu helfen gewusst. Kann man keine Vorhaltung machen. Ja, also klar geht das mit dem anderen leichter, aber sie haben es auch so hingekriegt. Und es ist quasi primitives Bruh, aber es ist Bruh. Ich finde es gut. So, jetzt haben wir hier die beiden Teile zusammengebaut und die werden jetzt hier mit der Homemade Self-Build Pro 180 Grad Baurichtungsumkehr aufeinander gesetzt. Und was soll ich sagen? Es passt. Alles tut die. Also auch improvisierte Baulösungen können da durchaus funktionieren. Trotzdem bevorzuge ich die Lösung, die zum Beispiel Kobi bei sich im Programm mit hat. So, jetzt haben wir hier das Seitenteil soweit fertig und werden das jetzt hier auf dieses Ding hier draufpeppen. Und es wird im Endeffekt wirklich nur über den Ball-Joint gehalten und hier quasi nach oben und unten, dass es da nicht wegwackeln kann. Aber irgendwie eine Noppenaufnahme oder so gibt es da nicht. Also es ist schon hier auch nochmal quasi einfach nur, dass es da nicht nach oben und unten weg kann. Ist schon ein bisschen mit der heißen Nadel genäht. Ich meine, es wird halten, gar keine Frage. Aber so wirklich fest ist das nicht. Ja, ich muss hier gerade ein bisschen zurückrudern. Also so ganz so super easy ist es doch nicht nur darauf befestigt, weil hier wird jetzt ein Splint reingeschoben und fixiert das Ganze dann nochmal ein bisschen. So, dass es dann doch ein bisschen stabiler hält. Und das wird dann hier überbaut. Und damit ist es schon ein bisschen haltbarer. Aber es ist trotzdem hier mit gut viel Spiel in der ganzen Konstruktion. Damit ist am Bauabschnitt 7 auch abgeschlossen und es passt schon cool. Also das muss man den Jungs lassen. Das haben sie geil hingekriegt hier, die Übergänge, dass das hier schön so reinpasst und dann hier den Winkel. Da gibt es nichts. Das Wabblige, das stört mich ein bisschen. Aber gut, wie schon gesagt, die anderen UCS-Sets, die sind auch alle mit der heißen Nadel gestrickt, was die Haltbarkeit angeht. Hier wird wirklich nur der Wert drauf gelegt, dass es gut aussieht. Und da kann man wirklich nichts abstreiten. Gut aussehen tut es jetzt so. Also die hat formschön eingefangen. Das passt alles tutti. Hier kommt ja dann hinterher die Laserkanonen dran, die ja dann schwenkbar sind. Alles gut. Jetzt hier mit Bauabschnitt 8. Das war das, was in der großen Tüte drin ist. Zwei kleine Tüten waren noch mit dabei. Das ist dies hier und mittlerweile einen ganzen Teil gesammelter Kleinigkeiten, die von den anderen Tüten übergeblieben sind. Und damit bauen wir dann jetzt hier auf der anderen Seite das Gleiche nochmal und dann hier vorne die zulaufenden Spitzen, damit das hier alles zu wird. Und das wird dann wohl hier wirklich auf die Noppen drauf gesteckt, weil da wüsste ich jetzt, obwohl hier ist nochmal eine Achsaufnahme. Vielleicht hält es da drüber nochmal. Lassen wir uns mal überraschen. Man kann ja sagen, was man will, aber Lego bleibt wenigstens konsequent. Auch bei den Weißtönen haben wir verschiedene Töne mit dabei, damit das alles so ein richtig schönes Used Universe Look bekommt hier. Ist schon schön. Jetzt mal ohne Flachs. Finde ich jetzt nicht so prall. Also das kann ich irgendwie verzeihen, wenn das Ding irgendwie ein Hunderter kosten würde. Oder 120. Aber für 200 Euro finde ich das schon ein bisschen mau. Dass wir jetzt hier zwei verschiedene Weißtöne, drei verschiedene Rottöne hier drin haben. Nö. Das finde ich jetzt nicht so akzeptabel. Der achte Bauabschnitt ist auch durch und unser Aving hat jetzt hier die charakteristische Form eines Eis am Stiel gekriegt. So wie sich das gehört. Hier die Übergänge sind jetzt nicht ganz so schön geworden wie in einem anderen Bereich. Hier haben wir so eine kleine Side Blaster oder was auch immer das sein mag. Was mir nicht so gut gefällt ist hier dieser Bereich. Da wäre vielleicht noch irgendwie eine leichte feinere Abstufung oder sowas schön gewesen. Keine Ahnung. Hier nochmal jeweils auf jeder Seite ein Aufkleber. Aber im Großen und Ganzen finde ich eigentlich dieser Bereich ist schön gelöst. Nicht der stabilste und der hier auch nicht. Der ist mit 2x2 Noppen jeweils hier dran fest. Also ihr seht das hier. Auch jetzt nicht so das aller stabilste von der Konstruktion. Aber machen wir uns nichts vor. Das Ding hängt hinter irgendwo auf dem Stand drauf. Steht in der Vitrine oder im Regal und das war's. Und das reicht dafür alle Male. Hier haben wir jetzt die Tüte 9 mit zwei kleinen Tüten die noch da drin waren. Und die bringen uns jetzt hier, dass wir die Zeit finden fertig kriegen. Und hier meinen quasi Endboss, der Endgegner. Einmal die Cockpit Kanzel mit den Aufklebern. Ja, hier bei dem Heckbereich. Da arbeiten wir auch jetzt wieder mit Baurichtungsumkehr 90 Grad. Und zwar bauen wir hier erstes Mittelteil. Hier mit diesen 90 Grad Baurichtungsumkehrsteinen. Die mag ich übrigens sehr gerne. Die sind cool. Und dann bauen wir hier ein Panel fertig, was dann einfach nur da drauf geklickt wird. Das müssen wir jetzt für die Seite auch noch. Und dann kommt das Ganze halt hinterher hier hinten rein. Und damit haben wir dann da diesen Bereich auch fertig. Sehr cool ist hier dieses Burgfenster, die sie hierfür genommen haben, um diesen halbrunden Auslass zu machen. So, damit haben wir jetzt hier die Heckfinne oder wie auch immer man das Buckel oder wie auch immer man das nennen möchte fertig. Gefällt mir prinzipiell gut. Nur das hier. Das ist ein bisschen mau. Das sitzt hier wirklich nur so auf einer Noppe drauf. Ja, das ist nicht so doll. Und was ich auch ein bisschen komisch finde ist, ich weiß nicht, ob man es hinter auf dem Video gut sieht. Hier, hier, die sind alle so leicht schäckig. Sieht man ja doch. Ich denke, das kann man erkennen. Auch eher ungewöhnlich. Habe ich so bei Legosteinen auch noch nicht gesehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Verlagerung auf verschiedenste Produktionsstellen hat hier der Qualität der Steine nicht wirklich gut getan. Auch hier wieder verschiedene Farben bei gleichen Steinen. Hm. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es mir früher auch einfach nicht so aufgefallen, aber das ist schon mittlerweile wirklich relativ häufig, dass man sowas hat. Ich erinnere mich nur an den Pork, den ich gebaut habe. Der hatte drei oder vier verschiedene Weißtöne im Gefieder. Sah bei dem jetzt eigentlich ganz gut aus, aber eigentlich ursprünglich gedacht war das nicht so. So, jetzt hier bei Bauschritt 454 habe ich die Aufkleber aufs Cockpit aufgebracht. Es ist mir für meine Verhältnisse einigermaßen gut gelungen. Nur der ist mir irgendwie ein bisschen zu kurz hier. Oder ich habe keine Ahnung, was ich da falsch gemacht habe. Hier passt er auf Stoß. Das ist okay. Hier fehlt ihm ein guter Millimeter. Lego hat aber schon damit gerechnet, dass man das verbockt. Die legen hier schon extra einen Ersatzbogen mit bei, dass halt wirklich so Bewegungslegastheniker wie unser eins dann hinterher noch einen zweiten Anlauf haben können, wenn sie es verbockt haben. Aber ich lasse es jetzt so besser kriege ich es auf keinen Fall hin. So, da haben wir hier den Cockpitbereich fertig und den kann man jetzt halt hier so abnehmen. Der Sitz hier, der kann ein bisschen vor und zurück bewegt werden, dass man den halt so schön bündig dazu hat. Also formtechnisch ist es sehr, sehr schön geworden. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Einzig hier vorne ist nicht so schön. Das steht hier so ein bisschen über. Macht es aber leichter, drunter zu fassen, um das Cockpit abzunehmen. Das ist ja ein Feature, dürfen wir nicht vergessen. Was mich jetzt gerade ein bisschen ärgert ist, dass da der blaue Pin zu sehen ist. Hätte ich das gewusst, hätte ich den doch gegen den schwarzen ausgetauscht. Na gut, jetzt ist es wie es ist. Wird auch so bleiben. Das werde ich jetzt nicht nochmal auseinanderreißen, um das zu ändern. Was mich wirklich ärgert, ist hier die Shacking-Rottöne. Die fallen auch auf und die sieht man. Naja, wie schon gesagt. Used Universe ist ein Raumschiff, was schon etliche Einsätze hinter sich hatte. Und von daher passt das. So, damit haben wir hier Bauabschnitt 9 auch hinter uns. Und der A-Wing ist jetzt fertig. Jedenfalls in der entmilitarisierten Version, jetzt hier in Bauabschnitt 10, bauen wir den Stand. Verkleben hier unseren letzten Aufkleber für das Typenschild. Und mit der 11 bewaffnen wir dann das Schiff noch und machen nur ein paar Kleinigkeiten daran. Aber das Grobe haben wir jetzt durch. Ja und im Film hier, den ich bei der ganzen Sache gucke, da können wir gerade der Geburtsstunde des Rock'n'Roll beiwohnen. Ja, da wird gerade hier von Marty McFly das Lied Johnny Be Good gespielt. Und ich finde das ist einer der geilsten Rock'n'Roll Songs überhaupt. Nur außerdem ein geiler Name, Johnny. So, da haben wir unseren A-Wing auf dem Stand drauf. Kann es natürlich in verschiedenen Formationen anbringen. Einmal so nach vorne gekippt, sieht auch ganz gut aus. Oder halt jetzt so hier in der Seitenansicht. Hatte ich eben noch gar nichts zu gesagt hier. Die Finnen, die sind einfach hier so auf Hinsches auf 6 Noppen drauf gesteckt und das war's. Also die kann man hier so anklappen. Ich hätte es schön gefunden, wenn sie die auf der Rückseite noch irgendwie ein bisschen besser verkleidet hätten. Vielleicht einfach hier noch was zwischen, dann hätte es eine geschlossene Optik gegeben. Ich weiß es nicht. Finde ich prinzipiell aber hier nicht so schön gelöst. Also da hätten sie ein bisschen sauberer arbeiten können, aber was weiß ich schon. Jetzt haben wir hier jedenfalls den Endspurt. Das ist die letzte Bowstep-Tüte, die 11. Da war dies und dann hier nochmal in einer kleinen Tüte das drin. Und natürlich hier unsere kleine A-Wing Pilot Minifigur. Ja, die ist natürlich gewohnt gut. Bei so einer Minifiguren von Lego, da braucht man glaube ich nicht mehr viel sagen. Die sind ja eigentlich immer top vom Druck her und alles und dann geben sie sich auch immer richtig Mühe. Auch hier der Helm ist sehr schön getroffen. Und wenn man den jetzt sieht, dann sieht man, dass das quasi hier die Vorlage hinterher zu dem Helm von Poe Dameron ist, den er dann in seinem X-Wing in Episode 7 bis 8 und 9 trägt. Also quasi Poe's Helm ist ein direkter Abkömmling hier von dem Helm, den sie den A-Wing damals verpasst haben. Mag daran liegen, dass die A-Wings in den alten Filmen die modernsten Starfighter waren, die die Rebellion zur Verfügung hatte. Und da ist natürlich dann nur folgerichtig, dass dann bei der Neuauflage der X-Wings die Pilotenhelme dann wiederum eine Evolutionsstufe von dem hier sind. Also jetzt haben wir hier den Unterteil der Finne noch gebaut und den müssen wir auf der anderen Seite jetzt auch nochmal bauen. Dann kommt die Bewaffnung und dann sind wir auch hier so weit durch und dann schauen wir uns das Endergebnis mal genauer an. Ja, da haben wir dann fertig hier unseren A-Wing Starfighter, den 75-275 von Lego aus der UCS-Serie. Also er sieht jetzt hier auf dem Stand gut aus, da gibt es nichts. Man sieht halt, dass er ein paar Fehlfarben hat. Aber gut, das verzeiht man dem Schiff eigentlich so an sich, wenn er jetzt hier so drauf ist. Definitiv, das Manneken ist schön, das Stand ist schön. Dass das hier kein Druck ist, sondern ein Aufkleber ist, das finde ich nahezu unverzeihbar. Aber ansonsten, er hat ein paar Schwächen, definitiv. Er ist auch ganz schön wackelig hier, also das ist, das hier wobbelt vor sich hin, das ist relativ locker drauf. Eben beim Anbringen der unteren Finne ist mir hier der ganze Hinter nochmal auseinander gefallen, weil man nicht so richtig weiß, wo man anfassen soll, um das dringend einzuklicken. Was auch ein bisschen schade ist, ich hatte gedacht, dass man hier die Kanonen hier über ein Drehrad hier unten runter bewegen kann, aber das steckt jetzt hier auf dem Stand drauf der Eingriff, der da war. Das heißt, man kann es wirklich nur so, dass es dann auf beiden Seiten ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Funktionalität, wie das beim X-Wing ist. Beim X-Wing ist das ja, dass man hinten ein Drehrad dran hat, wo er dann die Flügel in Kampfstellung bringt. Irgendwie so ein tolles Gimmick haben wir hier leider nicht bei. Also hätte ich ganz schön gefunden, wenn man gedreht hätte und dann wäre es hoch oder runter gegangen. Aber ansonsten, also hübsch ist er geworden, da gibt es nichts. Und was wir jetzt mal machen werden, ist mal eben einmal hier abmessen und mal eben schauen, ob der ungefähr im Verhältnis von der Größe zu unserem X-Wing ist. Also ich würde jetzt sagen optisch rein schon. Aber ich glaube, er ist einen kleinen Tucken größer vom Maßstab her, als das jetzt hier bei unserem X-Wing ist. Der Tie Fighter und der Y-Wing und so, die hatten glaube ich so halbwegs gepasst. Jetzt schauen wir mal, ob der auch so in dieses Größenverhältnis reinpasst. Ja, der Maßstab passt ungefähr, aber nicht komplett. Also hier sind 23 cm ungefähr 1 Meter, wobei hier 24 cm ungefähr 1 Meter im Realen entsprechen. Von daher leichte Abweichung, aber im Großen und Ganzen finde ich das noch völlig in Ordnung. Also die kann man definitiv schön zusammen hier in die Vitrine stellen. Ist eine gute Ergänzung dazu. Also von daher ist Lego da der Scale halbwegs treu geblieben. Ja, damit kommen wir zum Fazit hier für dieses UCS-Set der 75275 für 200 Euro. Immerhin 1600 und ein paar zerquetschte Teile, nicht ganz 1700 Teile. Eine Minifigur. Bereue ich, dass ich das Geld dafür ausgegeben habe? Nein, auf keinen Fall. Es ist ein schönes Modell und für mich als Star Wars Fan auch irgendwo ein Must-Have. Ich finde, er sieht gut aus, er ist auch gut getroffen. Also es hat auch Spaß gemacht ihn zu bauen, also von daher passt das alles. Aber er hat auch wirklich in den ganzen Schwung Sachen, wo ich sage, das wäre besser gegangen. Zum einen natürlich mal zur Qualität der Steine, dass da Farbabweichungen drin sind. Sowohl beim Weiß als auch beim Rot, finde ich, ist für so eine Premium-Firma wie Lego No-Go. Vor allem bei dem Preis, den sie aufrufen. Dann kommen wir zu den Aufklebern. Ich kann verstehen, dass Lego versucht, möglichst wenig Steine mit Drucken rauszubringen, weil das ein Kostenfaktor ist, weil das ein Verwaltungsaufwand ist und weil das sie schon mal im 2000er Jahren fast in den Ruin getrieben hat. Aber ich finde bei Sets, die explizit für 18 Plus ausgewiesen sind und nicht wenig Geld kosten, hier 200 Euro in diesem Fall, sollte mindestens das hier ein Druck sein, wenn nicht gar auch der Rest. So viele waren es nicht. Also, dass das hier mit Aufklebern ist, kann ich schwer verzeihen und das hier, das hätten beides auf alle Fälle Drucke sein müssen. Das hier hätte auch ein Druck sein können und dies hier und dies hier. Wäre auch nicht so das Riesending gewesen. Es ist müßig, darüber zu reden, es ist halt Aufkleber. Ich hoffe einfach darauf, dass demnächst da irgendjemand sich die Sache annimmt und dann da ein Nachrüstset anbietet. Er ist ziemlich wackelig, aber das habe ich im Vorfeld schon vermutet, weil es ist ein UCS-Set. Die sind eigentlich immer so. Die sind rein aufs Aussehen getrimmt und den Job haben sie gut gemacht. Er sieht toll aus. Er trifft sofort den Charakter. Man erkennt sofort, was es ist. Auch als nur mal gelegentlich Star Wars-Gucker weiß man sofort, oh ja, hier, das ist das Ding, was beim Supersternzerstörer er um in der Brücke eingeschlagen hat. Ich für mich selber muss sagen, ich bin froh, dass ich ihn gekauft habe. Er gefällt mir gut. Mir war er das Geld wert. Ob er das objektiv ist, weiß ich nicht. Wie er sich in der Wertentwicklung später macht, kann ich euch nicht sagen. Ob es sich jetzt Sinn macht, sich den zu bestellen, an der Seite zu legen und dann irgendwann in 10 Jahren wieder aus der Ecke zu poolen? Vielleicht. Interessiert mich auch nicht wirklich, weil ich bin so ein Typ, der holt sich ein Set und baut es auf, weil er es einfach aufgebaut haben will. Außerdem vertrete ich die Theorie, das Spielzeug, was in der Packung verbleibt, um als Sammelgegenstand herzuhalten, auf Dauer bösartig wird. Ich verweise da nur auf Toy Story. Der Stinky Pete, der immer in seiner Packung bleiben musste, war hinterher so ein richtiger Stinkstiefel und das will ja wohl keiner, dass unser Spielzeug so wird. Nein. Also ich finde wichtig, dass die aufgebaut werden und mir ist dann da der Werterhalt der ganzen Sache eigentlich echt unwichtig. Ich gebe es eh nicht wieder her. Ja, das wird jetzt irgendwo hier bei mir in die Man Cave wandern zu meinen anderen Star Wars Modellen und wird dann da vor sich hin stauben und mich zwischendurch mal erfreuen, wenn ich dran vorbeigehe und einmal drauf schaue. Ich hoffe, dass die Aufkleber von der Qualität gut genug sind, die Jahre zu überdauern. Das wird sich zeigen. Ansonsten, wie schon gesagt, hoffe ich einfach darauf, dass es da demnächst ein Nachrüstset gibt. Schreibt mir mal eure Meinung hier zu diesem Set. Hat Lego da einen guten Job geleistet? Habt ihr das schon gebaut? Habt ihr Bauspaß dabei gehabt? Wie findet ihr die Bautechniken? Seid ihr zufrieden mit der ganzen Geschichte? Waren bei euch auch solche starken Farbunterschiede mit dabei? Eure Meinungen, eure Erfahrungen bitte unten in die Kommentare. Ansonsten bleibt mir nur noch, euch einen schönen Tag zu wünschen. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.